Hallo und hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen PUBG Video und bevor die Leute jetzt irgendwas erwarten, das Video hier ist ein anderes Video und zwar kein Zusammenschnitt von Manu und mir, also wer sowas erwartet hat, ist hier heute leider falsch, stattdessen wollte ich mal einfach ein Solo-Match von mir mit euch durchgehen, weil mir aufgefallen ist, dass ich in letzter Zeit sehr oft schlechtes Decision-Making habe und da ich ja eh nicht der Beste bin, was das Aim angeht, ist das nicht gerade die beste Kombination und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir hier jemanden haben, der halt nicht so gut wie Shroud oder Moondie ist oder so, ne also ich bin halt kein Shroud, kein Moondie, whatever und ich denke mal, dass es vielen auch so geht, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man jemandem zuguckt, der auch nicht gut ist, der aber erklärt, warum er was gemacht hat, wie er macht, man kennt das vielleicht aus Fremdsprachenlernen oder so, dass sich da zwei Leute, die beide nicht so gut die Sprache können, besser helfen können als jemand, der Muttersprachler ist oder so, weil die manchmal mehr verstehen, was halt dieser dumme Gedanke ist und so und ja, wir gucken uns jetzt einfach ein Match von mir an und da erkläre ich, warum ich was wie gemacht habe und vielleicht lernen ja einige was davon, die auch sagen, yo, ich bin auch nicht so gut wie du, Klaus, geht mir genauso und ich würde gerne wissen, was ich besser machen kann und bei den Pros lerne ich halt nicht so viel, weil ich das nicht umgesetzt kriege, weil die einfach ein besseres Skill-Level haben. Dazu sei noch gesagt, das Ganze ist in Third Person gespielt, weil ich halt für die Aufnahmen üben wollte, normalerweise spiele ich privat First Person, aber ja, es ging mir halt speziell um die Aufnahmen und deswegen ist das Third Person. Ähm, ich bin im Spectator Mode, es gibt hier verschiedene Bugs, wie manchmal Sounds oder hier während der freien Fall kann ich mich noch umgucken, komplett und man sieht nicht, wie ich mich umgeguckt habe, aber beim Landen, da fängt das Spiel schon an, umgucken, wo noch alles wer ist. Das Knopfletch ist Pofre, sagt man so schön, also Wissen ist Macht und ja, ich sehe, dass hier eine einzige Person landet in dieser Halle und das ist ziemlich wichtig, sich das im Kopf zu halten, weil wenn diese Person hier landet, hat sie eigentlich nur zwei Optionen, entweder sie rennt nach hier unten zum Looten oder nach hier rechts weg und dementsprechend kann ich meine Taktik anpassen, ob ich sage, okay, ich möchte looten, dann kann ich mir diesen Spot hier aussuchen oder ob ich sage, ich möchte sie konfrontieren und dann move ich nach links. Ähm, in dem Fall ist sie hier unten gelandet und wird sehr wahrscheinlich dann als nächstes hier reingehen und das wird auch gleich eine Rolle spielen. Ups, sorry, das habe ich gedrückt. So, da sind wir wieder. Ich wollte eigentlich schneller machen, zweifach und das sieht man jetzt auch, ich loote hier und die Person ist nach rechts gegangen. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht so genau. Ich loote noch weiter und wir können dann mal ein bisschen vorspulen. Und da sieht man schon, ich habe kurz mal rüber geguckt und habe die ganze Zeit meinen Blick auch mal nach links, ähm, weil ich eventuell erwarte, dass die Person davon kommt. Ich loote aber nichtsdestotrotz weiter, auch wenn ich auf eine Konfrontation aus bin, weil es natürlich sein kann, dass sie vielleicht doch nach unten gelaufen ist, ähm, oder wir nicht aufeinandertreffen werden. Und jetzt sehe ich die Person zum ersten Mal und weiß natürlich, okay, ich habe recht gehabt. Sie kommt hier hin. Ich bin in third person, deshalb kann ich hier um die Ecke ein wenig gucken. Ähm, ich muss natürlich abwarten, was macht sie? Hat sie vielleicht gesehen, dass die Tür offen ist oder nicht? Dann gehe ich langsam ran, sehe sie da wieder. Sie hat mich nicht gehört. Ähm, scheint so zumindest, sonst hätte er eventuell aus dem Fenster geguckt. Und jetzt muss ich natürlich abwarten, geht sie links oder rechts raus? Was ich leider verfehlt habe zu bemerken, ist, dass dieses Haus ein Dach hat. Ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Und das wird dann auch gleich für einen kleinen Überraschungsmoment sorgen, wo er hier runterspringt. Aber nichtsdestotrotz ist er dann ein Freekill. Und ja, da sieht man einfach, einfach nur durchs Aufpassen, dass ich wusste, ich bin mit ihr hier alleine und mir Gedanken gemacht habe, wie läuft diese Person. Ähm, bin ich auf einen einfachen Kill gekommen. Ihr könnt natürlich auch eine andere Taktik wählen, dass ihr sagt, okay, ich traue mich nicht, diesen Early Fight zu nehmen. Wobei die Early Fights halt die angenehmsten sind, gerade mit wenigen Leuten, weil, ähm, wenn ihr da sterbt, dann habt ihr nicht viel Zeit verloren und könnt die nächste Runde anfangen. Aber ansonsten hättet ihr auch hier looten gehen können und dann vielleicht hier ein Auto und dann werdet ihr safe weggekommen. Und die Person wäre keine Bedrohung gewesen. So, aufgrund des Circles des Nächsten habe ich mich entschieden, die Brücke zu campen. Ähm, ich habe am Anfang gesehen, dass ein paar drüben gelandet sind. Ist bei der Flugkurve auch nicht unwahrscheinlich. Die ging, glaube ich, so, mehr oder weniger. Ähm, und auch da achte ich da drauf, wie ich campe. Ich weiß nicht, ob von hinten vielleicht noch Leute kommen. Deswegen verstecke ich mich vor diesem Auto, dass die Leute von hinten nicht auf mich schießen können. Aber gleichzeitig auch hier hinter das Video, dass die Leute mich vorne nicht sehen. Aber nicht nur das, ich bin hier sogar nicht zu Fuß, sondern ich bin mit einem Buggy hingefahren. Aber wo ist der Buggy? Das ist das Wichtige. Ich habe den trotzdem in der Nähe. Er ist nicht hinter der Tankstelle hier, dass man den nicht sehen kann. Sondern er ist wirklich zum Greifen nah und zwar hier in dieser Kuhle. Der Buggy ist von dort und dort nicht sichtbar, aber trotzdem in meiner Nähe, dass ich jederzeit schnell verschwinden kann. Ähm, deswegen sehr wichtig, dass man gerade beim Brückencampen oder so ein Vehikel in der Nähe hat. Weil wenn ich dann loslaufen muss, weil hier wer auf mich schießt oder so und bis zur Tankstelle muss, na dann viel Spaß, da lebend hinzukommen. Und naja, Brückencampen ist, wie der Name schon sagt, Campen. Da muss man natürlich vor allem darauf warten, dass der Circle rankommt. Und, ja. So, und da sind wir soweit. Da kommt jetzt der Erste. Der Circle ist vermoven und da kommt ein Auto. Ich sehe das jetzt. Wenn ich jetzt leider auf mich gehe, sieht man das nicht, wie ich ihn sehe. Ähm, aber ich kann ihn durch Third Person da sehen. Und jetzt aime ich auf ihn. Er wird abgeschossen, er hat einen Fight mit ihm. Aber ich entscheide mich nicht einzugreifen. Ich gucke nur zu. Aber warum entscheide ich mich nicht einzugreifen? Es ist ja genau das eingetreten, was ich mir wünsche, dass ich jemanden auf der Brücke absnipen kann. Aber das Problem ist, ich habe nur einen Zweifacher auf meiner M16. Es ist nicht garantiert, dass ich ihn überhaupt treffe. Selbst wenn ich ihn mit einem Headshot treffe, habe ich das Follow-Up eventuell nicht. Und selbst wenn ich das Follow-Up hätte, kann es sein, dass er sofort hinter Cover ist und ich da nicht mehr durchkomme. Das heißt, der Kill ist mir nicht mal garantiert. Und selbst wenn mir der Kill garantiert wäre, dann kann ich ihn nicht looten. Aber ich möchte ja looten. Ich habe da eine einzige Person getötet und möchte ihn unbedingt looten, weil ich hoffe, dass er ein gutes Scope hat. Und vielleicht noch ein bisschen Medi-Zeug. Ich habe ja jetzt nicht mega viel gelootet. Und deswegen entscheide ich mich nicht auf ihn zu schießen. Und ich kann das kurz zeigen. Ich werde ihn noch töten. Spoiler. Der Kill passiert erst hier. Ne, warte, hier glaube ich. Da. Das sind fast drei Minuten später. Und die werden sich noch töten, wie man hier sieht. Also das ist drei Minuten später. Mische ich mich hier drei Minuten in den Fight nicht ein. Ich gebe meine Position nicht weg. Ich habe auf das Schiff geschissen. Selbst wenn ich da einen Kill hätte holen können, hätte ich ihn niemals looten können. Hatte meine Position aufgehoben. Ich warte einfach ruhig, bis die beiden fertig haben. Und diese Person sich dazu entscheidet, über die Brücke zu fahren. Was sehr wahrscheinlich ist. Sehr unwahrscheinlich, dass diese Person jetzt mit dem Auto noch wegfährt. Und dann über die Brücke fahren wird. Wo der Circle noch unangenehmer ist. Und ja, wir können dann ein bisschen... Ups, da habe ich mich wieder verdrückt. Sorry. Dann können wir ein bisschen vorspulen. Ein bisschen schneller machen. Wir werden gleich sehen, dass die beiden sich töten. Beziehungsweise der eine den einen tötet. Und na, warte, zack. Passiert jetzt sehr bald. Da hat er den Kill. Und jetzt geht er den natürlich looten. So, das habe ich natürlich mitbekommen, dass er wen getötet hat und wegfährt. Und was mache ich in der Zeit? Ich gucke mir erst mal an, was genau macht er. Und sehe dann, okay, er ist da um die Ecke. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob er stehen geblieben ist. Das ist mir auch zu weit weg vom Gehör her. Ich gucke noch kurz. Und dann entscheide ich mich jetzt aufzustehen. Komm Klaus, entscheide ich. Sehr schön. Und kurz auf die Seite zu gucken, ob er da vielleicht langfährt. Es kann sein. Ich muss ja wissen, was ich machen muss. Der Circle, der nächste ist nicht gut. Ähm, ich muss weit move'n. Also gucke ich mir kurz an, sehe ich das Auto da. Ups. Mein Gott. Immer den falschen Knopf, sorry. Das ist natürlich keine Garantie, wenn er da nicht langfährt, dass er nicht hier die Straße nimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein Indikator, der helfen kann. Wenn ich ihn da sehen würde, dann wüsste ich ja Bescheid. Und ja. Jetzt kommt die Person langsam näher. Und das kriege ich natürlich auch wieder mit. Genau wie gewünscht. Er hält jetzt an. Außerhalb des Circles. Und ich warte wieder. Weil ich möchte ihn nooten. Wenn ich da jetzt schieße, dann weiß er, dass ich da bin. Und er kann einfach umdrehen. Ich könnte die Reifen zerschießen oder so. Okay. Aber dann haben wir einen blöden Fight, wo wir zwei Minuten lang peaken. Und ja. Wer weiß, wer dann den Kill kriegt. Und selbst wenn ich den Kill kriege, dann... Ja, ist scheiße. Die Zone kommt in 25 Sekunden. Er fährt los. Ist mitten auf offenem Feld. Die Chance nutze ich. Gebe den Header. Und jetzt kann ich looten. Weiß nicht, was das war. Und jetzt höre ich aber, dass noch ein Buggy kommt. Und sehe den Buggy. Und schieße auf den Buggy-Fahrer. Ich werde ihn jetzt zweimal treffen. Glaube ich. Bitte. Ja. Yes. Ich hatte recht. Ich treffe ihn zweimal. Ich weiß, dass er außerhalb der Border ist. Logischerweise, weil er gerade auf mich zukommt. Und sich heilen muss. Ich werfe noch schnell eine Flash, falls er peaken möchte. Statt sich zu heilen. Und renne jetzt zu der Person. Und suche mir Cover. Ich könnte zwar jetzt looten. Und ich glaube, ich nehme den Scope schnell raus. Aber das war's. Und suche mir hier Cover. Und auch jetzt wieder. Einfach nur abwarten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ne, von hier. Aus meiner Sicht sieht man das. Aber ich sehe, dass er hier piekt. Und ich habe natürlich die Wahl, dass ich hier rausgehen kann. Um die Ecke. Und auf ihn schießen. Oder vielleicht hier hochwollten. Weil das wäre komplett behindert. Aber ich warte wieder. Und stattdessen warte ich, bis er wieder losfährt. Ich höre mich in der Zeit. Ich weiß ja genau. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Er hat absolut keine Ahnung, wo ich bin. Das letzte Mal, als er mich gesehen hat, war ich ungefähr hier. Ich könnte auch zurückgelaufen sein. Aber stattdessen habe ich gepusht und mich kein einziges Mal gezeigt. Er hat absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe ihn. Er fährt um die Ecke. Und free kill. Da kann er absolut nichts mehr machen. Ich bekomme den Kill. Und danke für den Loot. Jetzt kann ich die beiden looten. Und in die Zone fahren. Also ich finde, das war ein sehr schönes Beispiel dafür, um zu zeigen, okay, was genau ist mein Ziel? Und wie kriege ich das am besten umgesetzt? Mein Ziel war es, diese eine Person zu looten. Die zweite zum Schluss war ein Zusatz. Und wie kriege ich das hin? Wenn ich sie am Anfang getötet hätte, selbst wenn ich sie bekommen hätte, hätte ich sie nicht looten können. Weil ich auf offenem Feld zu ihm hätte hinlaufen müssen, gegen denjenigen, der gegen ihn gekämpft hat. So, ich heile mich jetzt hier. Und höre natürlich die Schüsse. Und werde jetzt ein bisschen ran pushen. Auf mich hat keiner geschossen in der Zeit, wo ich da stande und mich heile. Also vernachlässige ich mal kurz meine Deckung auf die rechte Seite. Und sollte man vielleicht nicht immer machen. Man muss davon ausgehen, entweder es gibt Leute, die schlecht spielen. Oder halt, wie man jetzt vielleicht auf der Minimap gesehen hat, dass Leute ja später dazukommen. Und er hat mich auch gesehen. Er hat nie geschossen. Und ich habe ihn jetzt natürlich bemerkt. Und das ist jetzt mein Problem. Ich höre natürlich die Schüsse hier. Aber egal wie, ich möchte hier als nächstes in die Zone. Und der direkte Weg wäre hier. Aber das würde die Person sehen. Also ist diese Person mein Problem. Ich möchte nicht hier links über die Häuser rotieren, weil ich erstens davon ausgehe, dass wer in den Häusern ist. Das ist eigentlich die goldene Regel. Wenn Häuser in der Nähe von einem Kreis sind, ist immer irgendwer in einem Haus. Und deswegen möchte ich ungerne dadurch und auch nicht links vorbei zu den Schüssen. Das heißt, meine Kurve, die ich nehmen will, fängt eigentlich frühestens ab hier an und alles überall. Also muss ich gegen ihn kämpfen. Und ja, das mache ich dann auch. Das habe ich jetzt leider die Granate geskippt. Ich aime ab, sieht man hier. Und ja, ich habe nicht mitbekommen, dass er in den Busch gemoved ist. Ich werfe jetzt eine Granate, weil er die ganze Zeit nicht piekt. Und das ist meine einzige Option. Jetzt wurde er aber gepusht und jetzt sehe ich ihn gleich da rüberlaufen. Ich weiß natürlich, wenn er von da rüberläuft, dass er von der Granate getroffen ist und wenig HP hat. Wir haben mittlerweile noch 15 Sekunden mit der Border. Ich muss mich also beeilen, was ich mache. Ich kann ranpushen, aber das ist jetzt vor allem tricky. Wenn, dann hätte ich die Chance direkt nutzen sollen. Jetzt wird er sich wahrscheinlich gehalten haben. Hat er nicht gemacht. Aber stattdessen, weil ich weiß, okay, meine Zeit ist knapp. Ich kann jetzt nicht noch anfangen zu pushen, wenn die Zone kommt. Das wird langsam ein bisschen knapp. Werfe ich die Granate. Gleiches Thema wie gerade. Und ab ins Auto. Und einfach reinfahren. Die Granate wird ganz kurz ablenken, dass ich fahren kann. Und ich kann einfach getrost in den Circle fahren. Er kann jetzt natürlich schießen, aber dann verliert er super viel Zeit, weil er ja auch in die Zone muss. Und ob er da ein Auto trifft, was direkt über dem Hügel ist, ist eine andere Frage. Ich werde natürlich aber nicht über den Hügel fahren, was er sich vielleicht nicht denkt, weil er denkt, warum sollte er vor mir stehen bleiben? Dann könnte ich auf den schießen. Aber warum mache ich das? Warum fahre ich nicht über den Hügel? Und zwar weiß ich, dass hier links alles safe ist. Die hätten in der Zeit auf mich geschossen, wo ich reingefahren wäre, eventuell. Ich weiß, dass er hinter mir ist. Und ich gehe davon aus, dass er in den Häusern hier ist. Weil die Häuser sind in der Zone. Und dann ist da fast immer einer. Und deswegen möchte ich nicht über den Hügel hier fahren, weil es ansonsten einfach sein könnte, da ich abgeschossen werde. Und das wäre eventuell auch der Fall gewesen. Wie wir sehen, ist hier wer drin, der hier vielleicht... Ja, und stattdessen bleibe ich hier stehen, ganz knapp hinter den Bäumen, dass ich ein bisschen Cover habe. Und dann drehe ich mich einfach um und schieße auf den, der gerade gezwungen ist, rein zu moven. Das Ganze sieht dann in Realtime so aus, dass ich hier jetzt aussteige und direkt mich um ihn kümmere. Da sehe ich ihn jetzt laufen. Kurz Cover gesucht. Und den Kill geholt. Ganz einfache Geschichte. So. Und jetzt geht es natürlich darum, ein bisschen zu Ausschau zu halten. Es könnte sein, dass wer da rechts in den Häusern ist. Vielleicht pusht er. Ich gucke kurz rechts rüber. Move auch ein bisschen ihm entgegen, falls derjenige sich entscheidet, da vorzulaufen, weil es kann ja sein, dass wer im Haus ist und außerhalb des Hauses. Dann gucke ich links, sehe die Person da und zack, Headshot. Oder ja, müsste ein Headshot gewesen sein. Hab da einen Kill. Ist natürlich angenehm. In dem Fall kann ich den auch nehmen, weil ich möchte jetzt nicht mehr looten. Wir sind nur noch sieben Leute am Leben. Jede Person, die jetzt weg ist, ist okay. Und das war so ein Freekill. Warum nicht? Ich bin hier in der Position relativ safe. Also ich, wenn ich die Position, die Aufgabe aufgebe, ist nicht so schlimm. Ich sehe den nächsten, sich hinschmeißen. Er kommt aus der Zone. Eventuell hat er ein bisschen Schaden. Ist ein Headshot. Nächster Kill. Vor allem habe ich den ersten geholt. Dann kann ich da auch auf jeden Fall fünf Sekunden später den zweiten holen. Das wird nichts mehr an meiner Position ändern für die anderen. Wenn wer pushen wollte, hätte das schon getan. Oder würde. Ist dabei, es zu tun. Und wenn er es nicht will, wie die Person da beispielsweise im Haus, dann tut sich es auch nicht. So. Dann gehe ich jetzt natürlich ein bisschen vor und muss mich ein bisschen umgucken. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es eine Person im Haus ist. Sehe sie jetzt auch und werde dann versuchen, auf die Person irgendwas hinzubekommen. Das Problem ist, wir können wir ganz kurz langsamer machen. Wir haben noch 20 Sekunden und ich habe den weitesten Weg zur Border. Nach links möchte ich nicht unbedingt laufen, weil ich weiß, dass da zwei Leute reingekommen sind. Das heißt, es kann sein, dass da irgendwie hier Leute sind, die das ein bisschen abaimen und ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Stattdessen versuche ich da den Schuss zu nehmen, um ihn irgendwie zu pushen. Sehe jetzt, dass er da rechts ist und kriege glücklicherweise tatsächlich dann auch den Kill. Ich mache mal ein bisschen schneller. Da den ersten Header, den zweiten Treffen und den dritten. Alle Spectator kann ein bisschen delayed sein. Kriege da den Kill und kann jetzt rein in die Zone. Das Glas ist übrigens auch Spectator-Bug. Das ist das vom Zerschießen. Jetzt gucke ich mich natürlich nochmal um. Es leben noch drei Leute. Es kann sein, dass wer noch immer in der Nähe des Hauses ist. Jetzt höre ich die ersten Schüsse, sehe die Person da vorne laufen am Stein, aber erstmal spielt das für mich noch nicht direkt eine Rolle. Erst als ich hier stehe, sehe ich, dass er sich wenig bewegt. Ich habe noch Zeit mit der Zone, entscheide mich dafür in den Schuss. War ein schlechter Schuss, weil er nicht getroffen hat. Laufe dann aber weiter, habe da frei Vision und muss mich jetzt eigentlich nicht mehr viel auf links konzentrieren, sondern kann dafür sorgen, dass ich ein bisschen rechts gucke und das im Augen behalte. Links wird er eventuell pushen, aber merke ich dann, dass durchs Granaten das nicht mehr passiert und konzentriere mich jetzt auf rechts. Von rechts passiert die ganze Zeit nichts, also fange ich an ein bisschen links zu laufen, gucke noch mal dahin, man weiß ja nie und jetzt wird einfach nur gewartet. Ich weiß, dass da mindestens zwei Personen sind, weil die sich ja schon befreitert haben, und ich weiß, dass eine Person fehlt, aber die fehlende Person hat bisher noch keinen Mucks von sich gegeben. Und dann ist die Frage, was für einen Typ von Person kann man da bei sich haben? Ist das jemand, der gerne wartet, bis die Letzten miteinander kämpfen? Oder hat er einfach nur eine gute Position? Und ja, da muss man dann halt ein bisschen abwiegen. Ich bin halt sehr offen nach rechts, ob ich da dann immer mal wieder hingucke und darauf vertraue, dass er da nicht einfach ist. Und dann höre ich halt die Schüsse und entscheide mich ein bisschen rein zu pushen in den nächsten Border, in den nächsten Circle, weil ich einfach E-moven muss und die beste Chance ist da momentan, wenn die beiden abgelenkt sind. Ich weiß immer noch nicht, wo der dritte ist, aber bisher wurde ich nicht abgeschossen von rechts und ich bin ja von hier hochgelaufen und wenn er hier wäre, er ist zwar da, aber er kriecht die ganze Zeit, wenn er da gestanden hätte, dann hätte er mich schon vorher gesehen und wir hätten schon vorher geschossen. Deswegen vertraue ich einfach darauf, dass er jetzt nicht irgendwie da steht und tut er auch nie. Er kriecht die ganze Zeit, deswegen habe ich ihn auch nie gesehen. Und jetzt warte ich natürlich ein wenig ab und einfach nur ein bisschen Zeitspiel, höre wieder die Schüsse und dann entscheide ich mich langsam dafür, okay, wenn ich jetzt reingehe, ich höre den Schuss von ihm und weiß genau, jetzt kann ich rangehen, er ist kurz abgelenkt, sehe ihn da, hole mir den Kill, sehe, wo er hin aimt, weiß also, dass er da bei dem Baum ist, gucke hoch, sehe jetzt die Person da auftauchen, hole mir noch schnell die Person. Ich wusste genau, wo sie ist, dadurch, dass ich mir angeguckt habe, wo der andere hin aimt und habe auch den Kill super leicht bekommen. Jetzt haben wir das 1 gegen 1 und wie man sieht, dauert das noch 2 Minuten. Mittlerweile habe ich halt keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß nicht, ob er rechts ist, ich weiß nicht, ob er irgendwo im Busch hockt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier links safe bin, weil wenn er da wäre, dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass wir schon mal eine Konfrontation irgendwie von ihm mitbekommen hätten durch die Person, die da am Stein war oder mit dem anderen oder er sich da eingemischt hätte, wenn er da irgendwie sitzt. Ich habe einfach mal in den Busch geballert, manchmal sieht man die Leute nicht richtig. Meine Position verraten konnte ich eh nicht mehr, ich war der Lauteste zum Schluss. Also er weiß genau, wo ich bin zu dem Zeitpunkt, deswegen konnte ich auch schießen. Ich warte ein bisschen ab und jetzt passiert gleich folgendes. Ja, wirf sie doch. Da. Es kommt eine Flash an. Ich weiß also genau, okay, zwischen 30, 35 und maximal 75 ist die Person. Ich warte kurz ab, was sie macht. Sie hat eine Flashgranate geworfen. Hat sie die einfach nur so geworfen, um die Position zu verraten von ihr? Oder hat er die vielleicht geworfen, weil er ranpushen will? Er macht aber nichts und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, okay, das ist eine Person, die nicht viel Moven wird. Die wird wahrscheinlich auch im Circle sein, also sie wird nicht reinlaufen und deswegen entscheide ich mich dann, da einfach mit dem Circle zu laufen. Und das ist was, was man sehr gut machen kann, vor allem wenn man Obstakel hat. Und in dem Fall entscheide ich mich, von unten zu kommen, weil es angenehmer ist, als wenn ich jetzt von oben, weil da keine Obstakel sind. Deswegen gehe ich jetzt hier runter und hier kann er mich nicht sehen und dann mache ich das ganz langsam und dann stehe ich hier, jetzt sehe ich ihn und kann einfach in Ruhe drauf aimen. Bam, bam, bam. Ganz einfache Geschichte. Einfach nur durch ruhiges Spielen und Gedanken machen, was die Leute machen und wie sie spielen, ziemlich viele Kills geholt. Der erste Kill in Milta, Gedanken gemacht, wie wird er wahrscheinlich laufen, wie kann ich ihn am besten abfangen. Der zweite und dritte Kill hier an der Brücke, wie kriege ich sie am besten dazu zu Moven, wann gibt es Sinn für mich drauf zu schießen, wenn ich den Loot möchte. Hier der Kill, ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, wie komme ich genau da dran vorbei, wie komme ich lebend in die Zone. Linksrum war für mich keine Option, wegen den Geschüssen, durch die Häuser auch nicht, weil es sehr riskant war, auch wenn da keiner war diesmal. Und da ich das Auto hatte, konnte ich reinfahren. Hätte ich das Auto nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich nach der ersten Granate, die ihn auch getroffen hat, dann gepusht, weil ich einfach davon ausgegangen wäre, dass er sich heilt. Ähm, und wenn er nicht heilt, dann kann ich vielleicht ihm trotzdem einen Header geben mit der M4 und dann sollte er in der Regel tot sein, wenn er vorher von einer Granate getroffen wurde. Dann hier mit dem Haus, der Kill war relativ lucky, das war eine unangenehme Situation, ähm, aber ansonsten hätte man da auch versuchen reinzukommen. Die beiden Kills, die ich mit der K gemacht habe, die waren halt gute Hits, aber die waren jetzt taktisch nicht irgendwie sonderlich wertvoll. Ähm, aber man kann da auch sagen, es war nicht schlimm, dass ich da meine Schussposition aufgegeben habe, weil vorher eh bekannt war, wo ich ungefähr war, durch die Schüsse und die Person schon ganz klar gezeigt hat, wenn da eine war, dass sie kein Interesse hat, mich zu rushen. Was auch verständlich ist, Hauscamper, ähm, rushen selten. Würde ich auch nicht tun, wenn ich in der Stelle in dem Haus wäre. Ähm, dann rufen wir rein. Ich warte ein bisschen ab, was die beiden machen, gucke mich in der Zeit um, weil ich nicht weiß, wo die dritte unbekannte Person ist. Die zeigt sich ein, zwei Minuten nicht. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass sie einen sehr defensiven Playstyle hat und wahrscheinlich irgendwo im Gras liegt. Also warte ich einen guten Moment ab, um ranzupuschen, währenddem der andere schießt. Töte ihn, sehe auf wen er geschossen hat, durch seine Blickrichtung, hole mir den und zum Schluss kurz abgewartet und dann durch die Flashgranate, die durchaus dumm war von ihm, gewusst, wo er ungefähr ist und dann noch kurz gewartet, ob er pusht. Nein, er ist bei seinem Playstyle geblieben und dann weiß ich, okay, er wird auch weiterhin dabei bleiben und dann kann ich mit dem Zirkel hinter Obstakeln langsam vorpushen, um ihn dann zu sehen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen geholfen. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, mich mal da komplett drauf zu konzentrieren, weil ich einfach sehr oft in den Aufnahmen mittlerweile gestorben bin, weil ich zu viel rushe. Ich meine, das Problem habe ich immer und werde ich auch immer haben, aber ich denke, wenn man das versucht, bewusst zu tacklen, kann man das auf jeden Fall vermindern, damit man schlauer spielt in Zukunft und ja, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie euch das gefallen hat, ob euch das lehrreich war. Das wird sehr wahrscheinlich so oder so, egal ob es gut oder schlecht ankommt, das einzige Video dieser Art bleiben, aber trotzdem würde ich mich über Kritik freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und ab dann auch wieder wie gewohnt PUBG. Tschüss!